Man hat viele Vorteile von dem, dass man vielleicht bekannt ist oder dass jemand eine Musik mag. Das hat oft Vorteile. Man unterschätzt, was man sagt oder spricht. Okay, das war ein Quatsch-Samm. Den hätte ich niemals machen sollen. So eine sogenannte Selbstfindungsphase. Ich werde weiter Musik produzieren, was das sein wird, ob ich da mal eine Hook singe, ein Feature mache. Das sind alles Sachen, die will ich niemals ausschließen. Hallo Mona hier und ich habe Rav Kamora heute bei mir. Hallo Ivan. Ich muss ihn dir gar nicht vorstellen, aber Rav Kamora klingt so. Ohne mein Team Ohne mein Team Ohne mein Team Hamburg, Berlin, Westwien Ohne mein Team Man, viele kamen und gingen So wie der Sand am Meer Doch wo sind alle nur hin? Hier wird es langsam leer Ich fahre im Maserati Auch wie den Damen am Sleer Ich hab die Besten im Team Brauch keine anderen mehr Ja, ja, ist perfekt Bin ich mit dir, bin ich nicht dein Ach, der, der Bruder, sie ist nicht normal Eine Schönheit wie Adriana Sie schon wird reden in Iran Adriana Die Musik, eine andere Die Musik, eine andere Adriana, herzlichen Glückwunsch natürlich erstmal Vielen Dank Ich bin hier draußen Dein letztes Album Da quatschen wir gleich nochmal Jetzt spielen wir dann erstmal was Ja Wird schon ein bisschen aufgeregt Geht, ja Ich weiß ja, was auf mich zukommt Welches Spiel Deswegen, ich hab versucht da zu schummeln Und zu schauen Stimmt, du siehst es ein bisschen Ja Nicht schummeln, okay Ich schwöre Okay, sehr gut Ich schwöre nicht Und dann müsstest du versuchen weiter zu rappen Okay Es ist schwer Okay Sollen wir die erste Runde Also die erste Runde wäre Worte Aha Ja, 2009 Nächster Stopp Zukunft Pass mal auf Los geht's Man unterschätzt, was man sagt oder spricht Wie viele Stock haben ihre Stars schon geknickt Ein anonymer Anruf von der Tag war gefickt Ein Wort um dem Opfer stand die Angst im Gesicht Na also Viele haben nichts Aber es ist auch ein sehr Also einer meiner Lieblingssongs Es war einfach Man unterschätzt, was man sagt oder spricht Wie viele Stock haben ihre Stars schon geknickt Gut, dass du gesagt hast Einer deiner Lieblingssongs Deswegen hab ich ihn nämlich aus rausgesucht Vielen Dank Du hast ja auch ein Resümee gemacht Zehn Jahre später auf deinem Zenit-Album Wenn du jetzt so die alten Songs hörst Gerade die Und jetzt sind zehn Jahre vergangen Und du blickst so zurück Was empfindest du da? Also bei dem Song muss ich sagen Ich bin stolz auf mich Dass ich mit 25 Jahren schon so einen reifen Text geschrieben hab Sozusagen Weil auch den Song Wenn ich den heute höre Denke ich genau das gleiche wie damals Das heißt es ist jetzt nicht so Dass ich mir denke Okay Was war ich damals für ein Trottel Sondern es ist Also ich kann immer noch dahinter stehen Nicht schlecht für einen 25-Jährigen Ja total Hat sich trotzdem was weiterentwickelt? Also gibt es auch Passagen Wo du sagst Ah nee Das ist vielleicht heute Sehe ich heute anders? Also bei dem Song tatsächlich nicht Aber natürlich habe ich mich weiterentwickelt Es wäre traurig wenn nicht Und ja wie gesagt Im Resümee bestätige ich ja sozusagen Dass es immer noch genau dasselbe ist Wörter sind sehr gefährlich Und ja Manche Leute passen nicht drauf damit Liebe ich sehr Ich mag deine Resümee-Dinger sehr Ja vielen Dank Wird man da so ein bisschen nostalgisch? Wenn man jetzt so sagt Oh Gott zehn Jahre Und jetzt ist mein letztes Album Wie wird man da so ein bisschen nostalgisch? Also das Ding ist halt so Natürlich wenn du Musiker bist Und du bist damit geboren Musiker zu sein Und du hast alles in deinem Leben Quasi auf die Karte gesetzt Du willst Musiker werden Unerfolgreich Und dann bist du irgendwann an dem Punkt Wo du dir selber sagst Okay passt jetzt habe ich es geschafft Dann stellst du dir natürlich die Frage Was machst du danach? Wirst du Gärtner? Wirst du Pokerspieler? Professioneller, amerikanischer Oder keine Ahnung Aber man hat ja eine Entscheidung getroffen Weil man weiß Dass es einem guttun wird Und deswegen also Nostalgie natürlich Aber keine negative Nostalgie Eher so Ich freue mich wenn ich alte Songs höre Weil ich sehe Der Weg ist schön weitergegangen Es wäre schlimmer wenn ich Diesen Song hören würde Und mir denken würde Boah damals war ich so erfolgreich Und jetzt bin ich ja nix Dann wäre es eine traurige Nostalgie So zu sagen Auch ein bisschen Stolz Auch ein bisschen Demut Was ist so dein Hauptgefühl Wenn du so dran denkst? Eigentlich Wenn ich daran denke Jetzt an die Songs Von vor 10 Jahren sagst du Eigentlich Stolz Sehr viel Stolz Cool Kannst du auch Wenn du jetzt dein Album Zenit nennst Baust du dir Also das allerbeste Das allergrößte Baust du dir ja schon Selber ein bisschen Druck auf Wie viel Druck war das? Also es war der größte Druck Und mich haben auch Leute gefragt Die haben gesagt Warum nennst du nicht gleich dein Album Das Beste was es gibt auf der Welt Ja Ich auch genau Es war ja ein bisschen schwierig Aber ich muss halt sagen Vor allem durch die Resümes Und Leute die sich mit der Materie Rav Camorra beschäftigen Wenn sie das Album hören Dann spüren sie Dass es zum Titel passt Weil es wirklich so ist Also das geht jetzt nicht nur um Zenit Das sind jetzt die besten Reime Die ich in meinem Leben gemacht habe Aber es ist das zusammenfassendste Album Und stellt das halt sehr gut dar Wo ich gerade bin Okay Also konntest du den Druck ausblenden? Ja konnte ich schon Okay Wie geht man denn an so eine Sache ran? Also du setzt dich dann irgendwann hin Und sagst so Jetzt mache ich mein allerletztes Album Wie geht man da ran? Mit dem Gefühl im Hinterkopf? Also zuerst Es ist eigentlich gar nicht so schwer Weil du setzt dich hin Und du denkst dir Okay gut So das alles habe ich bis jetzt gemacht Das sind alle Farben Die ich in meinem Spektrum habe sozusagen Und jetzt machst du ein neues Bild Hast eine neue Leinwand sozusagen Und fängst an die Farben auszusuchen Da kannst du halt ganz einfach sehen Okay in 10 Jahren Habe ich am meisten diese Farben verwendet Deswegen werde ich jetzt auch Bei meinem endgültigen Werk Mich auf diese Farben konzentrieren sozusagen Das heißt du hast Je länger du davor Musik gemacht hast Desto größer ist dein Vorteil Für dein Endwerk sozusagen Kann ich das ein bisschen näher schieben? Nee Okay egal Beug dich zu mir rauf Also klingt ja fast ein bisschen analytisch Gehst du so analytisch an so ein Album ran? Ja ja hundertprozentig Ich meine Ein Album ist ja ein Album Weil es keine Single ist Das bedeutet Ein Album ist ein Werk Ja und Wenn du an ein Album gehst Dann muss das ja ein Konzept haben Das muss einen roten Faden haben Und es muss ein Gefühl haben Dass wenn du das Album Wenn du auf Play drückst Ein Gefühl hast Das dich vielleicht bis zum Ende des Albums begleitet Das so ist ein perfektes Album Das musst du mit Konzept machen Du kannst nicht einfach Einen Song schreiben über Baustelle Einen Song über Disco Einen Song über Schlafen Weißt du was ich meine Das passt nicht zusammen Also Konzept und strategisch So diese und diese werden Hits Oder kommt das aus dem Bauch raus? Hits kannst du Also mir hat ein weiser Manager Namens Ronny Bolt einmal gesagt Ein Hit hat nichts damit zu tun Wie der Song klingt Sondern ein Hit ist etwas Was hunderttausend Platten verkauft Das ist dann ein Hit Du kannst nicht im Vorhinein sagen Das ist jetzt ein Hit Weil Hit ist keine Musikrichtung Weißt du Es gibt Techno-Hits, Metal-Hits Bla weißt du Das ist halt das Ding Deswegen Natürlich Wir haben Adriane gehört Und haben uns schon gedacht Okay gut das wird eine Single Aber ansonsten Muss man sehr vorsichtig sein Mit diesem Wort Weil zum Beispiel Ohne mein Team Oder 500 PS Dachten wir niemals Dass das Hits werden Stimmt Jetzt hast du zum allerletzten Mal Ein Album geschrieben In der Form zumindest Wir kommen gleich noch drauf Hast du Angst davor Eine Sache zum allerletzten Mal zu machen Wenn du jetzt so dran denkst Was auf dich zukommt Musikalisch gesehen? Ja überhaupt Musikalisch oder Auftritt Oder überhaupt alles Okay Also du meinst jetzt Als Rav Camora Als Rav Camora Habe ich etwas Angst Ich habe etwas als letztes zu machen Ich glaube nicht da Nein? Nein Auch nicht so emotional Das könnte das emotional so Gott habe ich Angst vor Dass ich da Das letzte Mal Der letzte Auftritt in Wien Als Rav Camora Also ich sage mal so Ich sage mal so Es ist natürlich Wenn man als Künstler Wenn man gewohnt ist Ein Künstler zu sein Und man spaziert Und man bekommt Man hat viele Vorteile Von dem Dass man vielleicht bekannt ist Oder dass jemand eine Musik mag Das hat oft Vorteile Ja Ja Aus psychischen Gründen Aus Ego Gründen Irgendwas zu machen Irgendwann bist du vielleicht gewohnt Also Creator würde ich nehmen Deutsche News School Alles geht Wohin die Sonne sich bewegt Ah fuck Ich wusste Was war mit der Sonne Klang ja fast wie du Würde ich sagen Sag ich da nicht irgendwas mit Drake Guck mal Wir gucken mal Ja Was Da wusste er doch Das sah der Drake Zumindest war Drake Hab ich gehabt Sehr gut So pass auf Die ersten Songs von Zenith Hast du gesagt Hast du schon Nach und während Palme aus Plastik 2 Sind die entstanden Ja ich zieh nur meine Jacke aus Die wird wirklich warm Du Tut ja keinen Zwang an Wieso wird es wärmer Wird es wärmer Wegen Sex House Sex House Können wir das mit Rav Kamorra zieht sich aus Live im Interview Das ist nur eine Eine beste Clickbait Alles klar Ähm Genau Mit Während Palme aus Plastik 2 Sind die entstanden Weil du im Flow warst Und weil du da so kreativ hast Jetzt hast du 40 Songs glaube ich Sollten auf Zenith Und jetzt sind die drauf Die drauf waren Was machst du mit dem Rest Äh Äh Zenith RR kommt Das ist äh Na also Aber das wissen meine Fans schon Ähm Das sind Das sind 10 zusätzliche Songs Die quasi Ja Ich muss sagen Das sind nicht die Überbleibsel Das sind schon sehr sehr starke Songs Die ich teilweise auch bewusst Nicht aufs Album gegeben hab Um Danach nochmal Quasi eine Eine schöne Ladung zu haben Eine schöne Überraschung Für die Leute Weil Ähm Wie gesagt Also das sind wirklich Songs Die Sind extrem stark Also ich würde sagen RR ist sogar als stimmiges Album Genauso stark wie Zenith Okay Das sind wirklich Wirklich heftige Songs Weißt du schon wann Das rausbringen willst Am 10.1.2020 Okay Ich bin schlecht mit Zahlen Ich dreh die immer um Am 10.1.2020 Okay Also deine Zenithphase geht ja noch Ein Weilchen Ja Und dann sind alle Songs drauf Die du jemals rausbringen wolltest Oder hast du noch so Songs Wo du sagst Es tut mir leid Dass der nie hier rauskommen wird Also ich habe Circa Ich würde mal sagen Ich schätze 30 40 Songs Noch die Die irgendwo rumliegen Vielleicht sogar mehr glaube ich Also wenn ich Wenn ich auch so 16er Mit Hook Zu Songs zähle Ähm Natürlich tut es mir eigentlich leid Wenn die nicht irgendwann Irgendwo rauskommen Aber Ja Vielleicht gibt es ja dann Noch ein Zenith 2 Oder ein Zenith oder Raph 3.0 Oder Raph Nein Oder Raph Comeback Der dann doch sagt Nee Nee Also das Ding ist Ich habe ja schon gesagt Dass ich Nicht aufhören werde Musik zu machen Ich werde Ich bin ja Produzent In erster Linie Sah ich mich früher auch Viel mehr als Produzent Als als Rapper Ähm Und ich werde weiter Musik produzieren Was das sein wird Ob ich da Mal eine Hook singe Ein Feature mache So Das sind alles Sachen Die will ich niemals ausschließen Aber Cool So in der Form Wie ich das jetzt gerade mache Raph Camorra Wie man ihn kennt Wie du es gerade vorgespielt hast Den Falls ihr Raph Camorra nicht kennt Das ist ja ohne mehr Team Perfekt Dies das Also das ist Zenith ist der Höhepunkt Und vorbei Cool Und der Der hauptsächliche Grund Sagst du ja auch immer ist Dass Rapper eine Halbwertszeit haben Warum findest du das? Ähm Also ich finde so Es gibt für mich weltweit Einen einzigen Rapper Der es irgendwie geschafft hat Sich immer wieder neu zu erfinden Und immer wieder Ähm Aktuell zu bleiben Und stabil Und das ist Bubba Aus Frankreich Ja aber der kommt auch noch Aus einer Zeit Wo Hypes nicht Sechs Monate gedauert haben Oder zwei Monate So und der kommt wirklich noch Aus der Zeit Sogar von Vinyl Der kommt noch aus dem Ende der 90er Jahre Ja Das ist eine andere Sache Also ich würde sagen so Nicht dass ich mir das Musikalisch nicht zutrauen würde Dass ich mit dem Strom Schwimmen kann Und so weiter Aber ich glaube einfach Dass das Risiko Viel zu hoch ist Dass man das Das Kunstbild Was man von sich erzeugt hat Kaputt macht Ja und wenn ich danach Genau Und wenn ich eine Grunge Band Machen will Ja 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 Dann mach ich eine Grunge Band Scheiß drauf Ist der aber das hat dann Mit Raph Camorra Nichts zu tun sozusagen Weißt du was ich meine Ja voll Finde ich aber mega Die geile Einstellung Danke Auf sich das zu trauen Also oder ist ja schon Mutig zu sagen Leute ciao Ja ja klar Cool So dann Runde 3 Jetzt kommen 2018 Nummer unterdrückt Ja okay das Also Ja okay sag noch nicht Geht los Ich spiele ich ja live Mein Telefon vibriert Nummer unterdrückt Sehr gut Sehr gut Na klar Sehr gut Na also Zwei von drei Raph Ja okay aber das war wirklich sehr einfach Das letzte Hab ich dir ein gut fein getan Ja ja das war zu einfach Zu gerne Zu gerne So Zenithphase Sagst du noch bis Ende 2020 Mit dem Big Urknall 18.12 Was passiert da Das kann ich nicht jetzt Am 4. November Ich dachte ich frag einfach mal drauf los Und vielleicht bin ich betrunken Mit der Versag Nach meinen Release Partys Ist heute der vierte eigentlich Ja oder Ja Bist richtig in der Zeit In der Zeit Ich krieg auch nicht raus Ob es ein konzerttechnisches ist Ob es ein super Weiß ich nicht Event Du kaufst einen ganzen Stadtteil Du irgendwie sowas Krieg ich nichts raus Ne Aber du hast ja gesehen Dass wir Also vielleicht hast du mitbekommen Diesen Kickoff Event Ja Naja wer hat das nicht mehr gebraucht Also solche Solche Sachen mach ich sehr gerne Also ich nenne das Aktionskunst Ja Ja ist es auch So ist natürlich auch schön Okay Und sollte man sich dafür in Wien befinden Oder in Berlin Oder in irgendwo Auf der ganzen weiten Welt An diesem Tag Wo sollte man sich da so befinden So rein Rein geografisch Rein geografisch Da fragst du mich was Also ich kann auch einfach Einen falschen Tipp geben Ich kann auch einfach sagen In Zürich Weißt du ja so Oder in Kiel Na gut Na gut Ich dachte So Wenn wir jetzt darüber reden Wie möchtest du denn Als Rav Camora In Erinnerung bleiben Bei den Leuten Hast du so eine Wunschvorstellung Also als das Also Ich möchte Als ein ernstzunehmender Respektierter Künstler Der nicht seinen Arsch verkauft hat Und der Eigentlich Auch immer das Ding durchgezogen hat Was er machen wollte Also ich bin sehr sehr zufrieden Mit meiner Diskografie Es gibt Wenig Ganz ganz wenige Songs Wo ich sagen würde Okay den hätte ich vielleicht So nicht gemacht Also es passiert halt immer Ja welchen Aber Zum Beispiel Ich habe einen auf Hochzweide Das war ein Quatsch Song Den hätte ich niemals machen sollen Leider Das war zu schnell Zu der war nicht gut ausgerichtet Passiert oder In so vielen Jahren Ein Song Ist eine gute Code Na also es gibt bestimmt noch mehr Also es gibt bestimmt mehr Quatsch Songs Die ich gemacht habe Aber Sie sind jetzt nicht so scheiße Wie ich mich dafür richtig schäme Ja und da bin ich sehr stolz drauf Ähm Auch wenn ich mir Ähm Einfach Manchmal so Guckt man sich Videos an Und so weiter Und da gibt es eigentlich Ich meine natürlich Bei manchen denke ich mir Okay gut Ich hätte mich anders anziehen können Ich hätte da andere Schuhe getragen Zu dem Hemd und so Aber es ist jetzt kein kompletter Blödsinn Und dafür Ja Da bin ich sehr stolz drauf Und dass der Weg Gerade gegangen ist Ich habe keine krassen Beefs gehabt Ich habe keine Behinderten Promos Stunts gehabt Für nix Weißt du so Also ich habe eigentlich immer Darauf geachtet Dass ich mir am Ende In den Spiegel schauen kann Und ja Cool Deswegen Gott sei Dank Wenn du dir deine Zukunft Jetzt vorstellst So richtig richtig Bildlich nach Rav Camorra Wo siehst du dich da Nimm uns mal mit In dein Bild Also es gibt ja Nach dem musikalischen Zenit Einen persönlichen Zenit Und das hat sehr viel zu tun Mit Träumen und Visionen Die du dir nicht erfüllen konntest Weil du ja eigentlich Deine komplette Dein komplettes Leben geopfert hast Für deine Karriere sozusagen Das heißt du Ich war nie Keine Ahnung Mit Freunden Lange auf Urlaub Und habe Party gemacht Aber gab es in meinem Leben nicht Und Oder Keine Ahnung Den Apostelweg Wollte ich immer laufen Zum Beispiel solche Sachen Also ich glaube Nach Zenit Wird mal eine Phase sein So eine sogenannte Selbstfindungsphase Wo ich Erstmal mich Auf meinen persönlichen Zenit bringen muss Auch Persönlich Privat Wer weiß Vielleicht Richtung Familie gehen Solche Sachen Die einfach wichtig sind Die für mich Als Mensch Wichtig sind Ja Hast du Respekt davor Dass du das schaffst Weil oft hat man ja dieses Ich bin jetzt super super erfolgreich Und dann fällt man ja auch So ein bisschen in ein Loch Wenn man alles Weißt du Du bist ja ein Typ Der arbeitet viel dran Und dann bist du die ganze Zeit Dein Arbeit Und dann hast du alles erreicht Was du willst Und dann denkst du so Ja und das war es jetzt Ja ja klar Also ey Diese Gedanken Die du mich Also die Fragen Die du mir jetzt stellst Stell ich mir selber Ja aber Ja klar Ich meine aber Das ist halt eine Sache Die kann ich nicht beantworten Also jetzt denke ich Nein Das wird schon alles passen Ja so Aber wir sprechen dann am 19.12. Ich weiß nicht Dann vielleicht ist auch alles scherze Weißt du Das kann man nicht sagen Ich glaube du schaffst das alles Ja wir schon Ich glaube da an dich Vielen vielen Dank Für deine ehrlichen Worte Und für deine Für dein Album Für deine Musik Für dein Schaffen Für die Bereicherung Für die kulturelle Und ich wünsche dir Alles alles Gute Danke Deine Nummer 1 Für neue Musik Jamfm Jamfm